Lapis Lalalalalalalalalalalalalalalalalal Ey, hör mal auf zum ersten Kicken! Seid ihr leise, schubt euch gleich! Oh, nein! Boah, jetzt lass dich mal an deinem Platz! Oh, okay Leon! Alter, jetzt lass dich mal an deinem Platz! Oh nein! Tschüss! Na? Oh, ich hätte gerne ein Brat-Hähnchen! und ein Tablett. Ja, okay. Aber das haben wir leider nicht da. Mein Scherz, ich gebe Ihnen eins. Warten Sie, mal gucken, ob ich noch eins habe. Ich habe die nämlich nur frisch aus der Tube. Ja, hier ist eins. Gleich kriegen Sie auch Ihr Tablett. So, hier. Und schön das Tablett. So. Nein! Er ist auf Leons Kopf gefallen. Das war dein super kranken Wagen, Jo. Bidin! Das war dein super kranken Wagen.